Oha, die neue Season 3 Map wurde veröffentlicht und hier sieht man sie auch schon und man kann direkt schon mal sagen, in der Mitte ist jetzt hier der große neue Dschungel und da gibt es auch schon einige Bilder dazu, die sieht man hier gerade alle und ich muss sagen, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus, ich bin sehr gespannt auf das Update, bald können wir alle spielen.